hallo schön dass du da bist und willkommen zur traumreise auf die tropeninsel mach es dir bequem vielleicht möchtest du den gürtel lösen oder die schuhe ausziehen wenn du sitzt dann stelle deine füße gerade vor dir auf den boden du fühlst die unterlage auf der du sitzt du wirst getragen wenn du liegst erspüre die punkte mit denen du deine unterlage berührst spüre in deine füße hinein wie fühlen sie sich an wandere nun mit deiner aufmerksamkeit die beine hinauf über die knöchel die unterschenkel die knie die oberschenkel das gesells weiter zum bauch und brustkorb zu deinem rücken den schultern versuche deine schultern entspannt hängen zu lassen und wandere mit deiner aufmerksamkeit weiter über den nacken zum kopf zu deiner stirn den augenlidern zur nase spüre den atem wie er durch die nase ein und wieder ausströmt leicht bewegen sich wir heben ein und ausatmen leicht deine nasenflügel achte auf den kiefer löse die spannung leicht möchtest du den mund leicht öffnen du bist ruhig und entspannt du befindest dich auf einer wunderschönen insel in der karibik diese insel gleicht einem traum das wasser ist türkisblau und rein die sonne strahlt dich angenehm warm an du kannst ganz viele palmen erkennen viele unterschiedliche palmen bäume bäume mit vielen farbigen blüten die ihren duft verströmen bunte exotische vögel fliegen über den himmel oder sitzen auf den palmen die luft ist rein und klar die farben die farben der insel sind intensiv und voller kraft du kannst du kannst in weiter ferne einen wasserfall entdecken sein wasser er ergießt sich ins meer regnbogen farben bilden sich um seinen wasser dampf du fühlst dich ganz und gar wohl auf dieser paradiesischen insel alles um dich herum ist friedlich du sitzt am strand der sand ist weiß und ganz fein du lässt den sand durch deine finger rieseln und spürst die feinen körner der sand unter deinem gesäß der sand formt eine angenehme kuhle der geruch des sandes vermischt sich dem geruch des meeres atme ein und nimm den duft tief in dich auf die sonnenstrahlen spiegeln sich im meer und verfärben die einzelnen stellen in farbige punkte vögel fliegen über das wasser eine leichte prise streift deine haut und du fühlst dich rundum wohl ein so genieße diesen ort und die entspannung Begib dich nun langsam auf deine Heimreise. Das Gefühl der Geborgenheit wird dich nun auf deiner Heimreise begleiten. Fühle die Wärme der Sonne, die dich erfüllt. Fühle dieses Gefühl der Freude. Fühle die angenehme Schwere deiner Glieder. Die Entspannung und die wohlige Wärme. Kehre langsam zurück. Fühle deine Füße, deine Arme. Balle leicht deine Fäuste. Gib etwas Kraft hinein, bewege deine Füße. Atme ganz tief ein und aus. Strecke die Arme und Beine. Räkel dich. Und wenn du magst, öffne nun die Augen. Atme nochmal tief durch. Und sei wieder vollkommen zurück in der wachen Welt. Herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, die Reise hat dir gefallen. Sende dir ganz viel Liebe. Deine Lucy Vielen Dank fürs Mitmachen. Mehr Infos findest du in der Videobeschreibung. Lass mir gerne einen Daumen nach oben oder einen Kommentar da. Schau auch gerne mal auf meiner Webseite vorbei. Unter lucyart.jimdo.com Ich freue mich. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 grinds Clayton